Willkommen liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern bei Xtrain24 ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ich hoffe mal der Weihnachtsmann war fleißig und hat Ihnen liebe Freunde all ihre großen und kleinen Wünsche erfüllt. Apropos große und kleine Wünsche für alle großen und kleinen Modellbahnern hat jetzt, es konnte eigentlich auch fast gar nicht anders sein, NMJ uns Modellbahner mit fünf neuen Farbvarianten der legendären No-Hub-Diesellokomotiven überrascht. Bei der Herbstvorstellung sprach seinerzeit Finu von ca. 86 verschiedenen Varianten dieser Maschinen. Jetzt sind also wieder ein paar dieser Loks dazugekommen. Was macht nun eigentlich die Faszination dieser jetzt, prügeln Sie mich nicht, eigentlich recht eigenwillig aussehenden Maschinen aus? Ist es das uralte Sein der 50er, 60er Jahre oder weil diese Oldies mit 50 Dienstjahren auf dem Buckel immer noch auf dem Gleisen anzutreffen sind oder ist es gar etwas ganz anderes? Ich habe Ihnen zur Beantwortung der Frage einen kleinen Film mitgebracht. Kleiner Tipp am Rande, nicht nur genau hinschauen, sondern auch gut hinhören. Bis zum nächsten Mal. Dieser brüllende, langsam laufende Zweitakt Schiffsdiesel vom Typ AMD 567, dessen Entwicklung auf die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgeht. Gepaart mit dem wirklich eigenwilligen Design der 50er, 60er und der kompromisslose Diesel-Lounge. Das muss es wohl sein. Ich würde sagen, Frage ist geklärt. Nun werden ja einige von Ihnen gedacht haben, Och, die Norhab im Film, auch als Olsen-Banden-Lock bekannt, von der Altmark-Rehl, will ich auch haben. Nun, die gibt es schon. Als Modell. Allerdings ist sie ein Unikat. Also kurze Geschichte dazu, warum das so ist. Nun, eigentlich ist es ja immer so, dass Modelle oder Modelle werden von Original-Locks von den Herstellern nachgebaut. In diesem Falle, mit dieser Olsen-Banden-Lock, ist es genau umgekehrt. Das Original wurde von einem Modell, wie soll ich sagen, nicht nachgebaut, sondern einfach nur designt. Und der Schöpfer dieses Designs ist André Regensburger vom Verein der No-Hub-GM-Gruppe Deutschland e.V. Kurios, ne? Jetzt höre ich schon, warum gibt es denn die noch nicht als Serienmodell? Ja, die Frage kann ich Ihnen leider auch nicht beantworten, aber ich gebe diese Frage gerne an den NMJ-Chef weiter. Denn das Jahr ist noch lang und wer weiß, wer weiß. Mit den NMJ-Modellen mache ich also gleich weiter. Das war mein Stichwort. Es sind also vier ungarische Farbvarianten und eine dänische, so wie sie hier aufgereiht stehen. Moment, werden Sie sagen, da sind doch nur drei ungarischen, fehlt doch noch eine. Stimmt, die habe ich hier auf dieses Podest gepackt. Mit dieser Maschine hier auf dem Podest verbindet sich wieder eine Geschichte. Ich zeige Ihnen jetzt zunächst einmal ein Originalbild dazu. Ups, werden Sie jetzt denken. Diesen Spruch kenne ich doch von manchen Autoaufklebern und wieder ein Auto von Automeyer oder so. Gut, diesen Spruch und wieder eine Nohub-GM-Lokomotive nach Ungarn diente als kleine Provokation. Man höre und staune gegenüber der ehemaligen DDR. Ja, wie kam es dazu? Auf eine Ausschreibung für Strecken-Dieselloks schickte Nohub 1960 eine Rundnase nach Ungarn, die neben Probefahrten auf MAV-Strecken auch auf der Budapester Messe ausgestellt wurde. Die MAV testete im Vergleich zur GM-Lok die dieselhydraulische V300-001 von Krauss-Maffei. Und die Entscheidung der MAV fiel zugunsten der GM-Technik, deren ausgereifte einmotorige Ausführung einen geringeren Wartungsaufwand versprach. Ja, und mit der Bestellung von 20 Nohub-Loks, dem späteren Baureihe M61, hat erstmals eine Staatsbahn aus dem Ostblock mitten im Kalten Krieg Rollmaterial beim Klassenfeind bestellt. Das ist deswegen bemerkenswert, weil im Verbund der RGB-Staaten klar geregelt war, welches Land welche Lokomotive bauen durfte. Und für Großdiesel war die damalige UDSSR zuständig. Während die DDR brav die M62, die V200 einführte, gingen die Ungarn wieder einmal eigene Wege. Die 20 Lokomotiven wurden in zwei Baulosen in den Jahren 63 bis 64 an die MAV ausgeliefert. Dabei befuhren sie die Strecke Trollhätten, Trelleborg-Sassnitz, Dresden, Dachin, Budapest mit eigener Kraft durch die DDR und die Tschechoslowakei. Während der Überführung trugen dann eben mehrere Loks unterhalb des Lüfterbandes ein Werbebanner mit der Aufschrift noch eine Nohub-GM-Lokomotive nach Ungarn. Ja, diese Information war also ganz offensichtlich dazu gedacht, in der DDR für Aufmerksamkeit zu sorgen. Was ja auch schließlich klappte, denn 1960 hatte auch in der DDR, man höre und staune, eine Messfahrt mit der Vorführ-Lok 2418, die also Budapest war, zwischen dem damaligen Karl-Marx-Stadt und Dresden stattgefunden, die aber dann leider nicht zu einem Auftrag führte. Und diese wunderbaren Bilder dazu möchte ich Ihnen eigentlich überhaupt nicht vorenthalten. Hier sehen Sie zum Beispiel den Messzug mit einer Baureihe 19, die Sachsenstolz als Bremslok vor der Kulisse des Dresdner Hauptbahnhofs. Alle Bilder übrigens wurden unter strenger Bewachung der Staatsorgane der DDR ausgeführt und die Fotografen waren G. Otte, L. Keller, P. Matzon und H. J. Lange. Soweit die Geschichte. NMJ hat sich also dieser Historia angenommen und eine von denen mit den anderen angekündigten Modellen aufs H0-Gleis gesetzt. Soweit zu den interessanten Geschichten, die manch ein Log-Modell begleitet. Und Hand aufs Herz, den No-Hub-Club schließe ich jetzt mal aus. Hätten Sie es gewusst? Welche Maschinen kommen also zu Ihnen nach Hause, liebe Freunde? Mit der Artikelnummer 90217, die hier auf der Schachtel stehende MAV-Lok M61002 und das Banner mit dem Spruch liegt übrigens lose zum Selbstanbringen je nach Geschmack der Verpackung bei. Weiter geht's im Reigen. Mit der Artikelnummer 90229, die MAV-Lok M610017. Dann mit der Artikelnummer 90226, die MAV-Lok M610013. Ja, dann kommt noch die Lok mit der Artikelnummer 90221 der MAV, die Lok M61008 dazu. Ja, und last but not least mit der Artikelnummer 90110, die DSB-Lok µ oder MY1124. Eine kleine Bemerkung zu den Artikelnummern. Alle Loks, die mit 90 anfangen, sind die Analogmodelle und die statt die 90 mit 91 anfangen, sind dann sozusagen die Soundvarianten. Damit lassen sich also auch die Modelle relativ leicht unterscheiden und auch merken vor allen Dingen. Zu der technischen Ausstattung dieser Modelle. Alle Loks sind Topline-Modelle, sind als DC oder DCC, wie ich bereits ausführte, erhältlich. Die DCC-Ausführung ist dann bergsmäßig dann schon mit Sound. Bei den DC-Modellen übrigens sind die Lautsprecher schon vorgerüstet. Die DC-Ausführung hat auch eine MTC-Schnittstelle, eine MTC-21-Schnittstelle, zur passenden Nachrüstung eines digitalen oder Sound-Decoders. Selbstverständlich lassen sich die Know-Hubs von NMJ auch auf AC-Ausführung umbauen. Dazu ist ein Umrisssatz mit der Artikelnummer 95990 erforderlich, der beim Erwerb dieser Lok mitgeordert werden sollte. Auf der Hauptplatine befindet sich ein eingebauter Umschalter, mit dem man dann ganz unkompliziert auf die Betriebsart AC wechseln kann. Soweit, liebe Freunde, zu den technischen Details dieser NMJ-Loks. Und eigentlich sind wir da schon am Ende der heutigen Vorstellung über diese fünf neuen Farbvarianten der Know-Hub-Lokomotiven von NMJ angelangt. Weitere und nähere Infos zu den Loks sind natürlich auf unseren Seiten von Xtrain24 nachlesbar. Apropos Infos, wenn Sie keine Neuheiten mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter. Damit haben Sie alle Neuheiten immer als Erster auf Abruf parat. Ja, was bleibt mir noch? Das war's dann für heute. Wünsche Ihnen viel Spielspaß mit Ihren neuen Know-Hub-Loks und bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen. Mit einem Film habe ich die Vorstellung begonnen. Und mit dem irren Gänsehaut-Sound dieser Know-Hubs beende ich mal diese Sendung. Wir sehen uns demnächst wieder auf gleicher Welle und Kanal. Machen Sie's gut. Bis dahin, Ihr Frank Buttig. Tschüss. Machen Sie's gut. Machen Sie's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017